Es lohnt sich morgen wieder, die Goat rumzuschauen. Frühlingszarte Spinat im September? Ein raffiniertes Fischgericht, wenn plötzlich in Besuch kommt? Oder eine herrliche Pizza noch um 12 Uhr? Die Lösung heisst ganz einfach Goldstar. Das erfrischende Getränk ist so bekannt, dass man im Market Quiz wirklich nichts falsch machen kann. Ausser den Coupon natürlich einschicken. Hätten Sie von uns gerne gewusst, welche Reisssorten in der 1kg Packung morgen bei Goat 50 Grad begünstigt sind? Ganz einfach. Alle? Sie haben gesehen, es lohnt sich.